Im Knast zu landen ist ziemlich schlimm. Aber wo kommt die schicke Limousine her? Oh ja, das ist in diesem Gefängnis üblich. Na, sind wir schon da? Endlich! Schöner Ort, gefällt mir. Parke das Auto. Wie sie wünschen. Achtung an alle Einheiten. Der VIP-Gefangene ist hier. Ryan hingegen hat nicht so viel Glück. Was für ein Wrack. Hey Mann, willst du ihm einen kleinen Schubs geben? Ernsthaft? Ich bin mit Handschellen gefesselt. Aber okay, was soll's. Repariere endlich diese Tür. Hey, was ist da los? Vereil dich. Wir sind in Eile. Wenn ich das jemandem erzähle, werden sie es mir nicht glauben. Ich bin total am Gewinnen. Toll, es läuft gut. Hey, wie geht's? Habt einen schönen Tag. Er macht wohl Witze. Wie lange denn noch? Wo ist das Gefängnis? Ich will da hin. Lasst uns anfangen. Steh gerade. Sieh in die Kamera. Halte deine Karte hoch. Höher. Das war's. Jetzt drehen bitte. Perfekt. Können wir jetzt gehen? Vergiss das Foto nicht. So wird er sich wohl viel wohler fühlen. Super. Wir können loslegen. Hier bin ich. Ich hoffe, ich muss nicht lächeln. Aber natürlich. Fühl dich frei. Das ist großartig. Mehr Lässigkeit. Wahnsinn. Du bist ein Naturtalent. Noch mehr. Du bist der gefährlichste Verbrecher. Zeig es mir. Großartig. Das werden großartige Bilder. Letzte Aufnahmen. Jetzt kannst du dich entspannen. Los geht's. Beweg dich. Was stehst du da so rum? Bitte komm rein. Komm doch rein. Fühl dich wie zu Hause. Es ist schön hier. Gemütlich. Ja, das sind alles Wilde. Und das ist mein Nachbar? Nun Jungs, hier ist eure Wache. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Zeit, Freundschaft zu schließen, liebe Gefangene. Nehmt eure Plätze ein. Weg von den Gittern. Oh, das gefällt mir jetzt schon. Wir sehen uns später. Wow, was war das denn? Was für eine erstaunliche Frau. Selbst Gefangene sollten trainieren. Es ist an der Zeit, ein wenig stärker zu werden. Wow, bald werde ich ein richtiger Macho sein. Noch ein paar Wiederholungen. Die Zeit im Gefängnis ist die perfekte Gelegenheit, um in Form zu kommen. Trainieren macht Spaß. Nur weicher ja trainieren nicht. Eins, zwei. Oh ja, ich habe es geschafft. Eins. Hey du, warum ist der Boden immer noch dreckig? Nimm einen Wischmopp und mach weiter. Klar, was immer Sie sagen, Ma'am. Es wird in einer Minute erledigt sein. Na los, mach schon. Beweg dich. Alles muss glänzen. Hm, wie läuft dein Workout? Wow, du bist so stark. Unglaublich. Schau dich nur an. Okay, Jungs, es ist Zeit zu duschen. Zeit für eure jährliche Dusche. Fertig. Nein, nein, nicht das. Bitte nicht. Es ist eiskalt. Was glaubst du, was du da tust? Wow, was ist denn los? Wo kommt das Wasser her? Du magst es nicht? Das macht Spaß. Komm schon, lass uns etwas Spaß haben. Bist du verrückt? Du hast mich so erschreckt. Deine Wächterin will sich auch waschen. Wow, klingt doch gut. Sollen wir schwimmen gehen? Ich kann es nicht glauben. Willst du mich veräppeln? Das ist nicht lustig. Nein, bitte nicht. Nein, es ist kalt. Entspann dich. Ich leiste dir Gesellschaft. Das ist seltsam. Wo ist sie hin? Puh, das war unerwartet. Oh, es wird schon besser werden. Lass uns etwas Spaß haben. Ich will aber nicht. Wo ist sie? Wo ist sie hingegangen? Hey, Ma'am. Hallo. Hallo. Sie ist verschwunden. Hier bin ich. Ah, du darfst mich nicht so erschrecken. Nein, ich werde das bestimmt nicht überleben. Das ist großartig. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Yeah, es ist wie ein Wasserpark. Es war eine tolle Zeit. Im Gefängnis dauern die Nächte ewig. Es spielt keine Rolle, ob du reich oder arm bist. Es ist Zeit, sich für das Bett fertig zu machen. Das ist großartig. Wenigstens hatten wir etwas Spaß. Ein weiterer Tag ist vorbei. Aber warum ist es so kalt? Hey, wo ist meine Decke? Was ist denn los? Okay, ich habe sie diesem gegeben. Ich habe sie jenem gegeben. Ich war hier. Oh ja. Wie konnte ich das nur vergessen? Oh, du kommst genau richtig. Mir ist so kalt. Soll ich mich damit zudecken? Leider ist das alles, was ich habe. Ja, nicht der beste Service. Tja, da kann man wohl nichts machen. Brr, so kann ich nicht schlafen. Ich glaube, das wird helfen. Wow, cool. Genau, was ich brauchte. So warm. Liest du mir eine Geschichte vor? Das ist toll. Mhm. Es war einmal. Schlaf, Kleiner. Es ist alles in Ordnung. Es ist so kalt. Diese Plastikdecke hält mich überhaupt nicht warm. Oh, ein Stück Pappe. Es ist ein Wunder. Danke. Jetzt kann ich schlafen gehen. Wie schön. Wow, es ist schon morgen. Wie hast du geschlafen? Alles klar, Jungs. Zeit zum Aufstehen. Hey, aufstehen. Sofort. Unverzüglich. Ich bin auf. Ich bin auf. Du musst doch nicht schreien. Wer muss jetzt aufwachen? Ist das nicht eine schöne Melodie? Aufwachen, Ewald. Frühstückszeit. Was ist denn mit ihr los? Ich weiß es nicht. Seltsame Frau. Ich hatte gerade so einen schönen Traum. Wow. Schau dir das Frühstück an. Das ist alles für Ewald. Hm, es wird Zeit zu essen. Was ist mit mir? Warte. Ich habe keine zehn Hände. Aber natürlich. Wenn du es sagst. Hm, das ist köstlich. Erstaunlich. Was war das? Oh ja. Wo ist mein Frühstück? Ich bin hungrig. Hier bin ich. Hier hast du deine Haferflocken. Sie sehen gekocht aus. Guten Appetit. Wie wäre es mit einem Nachschlag? Versuch einfach, das zu essen. Wenn du kannst. Es ist immer das Gleiche. Es ist an der Zeit zu essen. Es ist das Risiko wert. Hm, es ist in Ordnung. Ich kann es essen. Oh, großartig. Nun, das nenne ich... Einen Nachschlag. Wow. Sushi auch. Großartig. Was für ein wunderbarer Morgen. Wow. Das muss köstlich sein. Ich würde es gerne probieren. Wenigstens eine Rolle. Hm. Ich frage mich, was da drüben los ist. Oh toll. Ich kann durch sie lauschen. Oh. Kumpel, komm her. Willst du es probieren? Das fragst du noch? Ja, klar. Na, dann komm mal her. Einmal noch. Hey, was ist denn hier los? Das ist nicht lustig. Komm schon. Ich mache doch nur Spaß. Hier hast du es. Es ist deins. Na los, komm schon. Dachtest du, ich würde das nicht schaffen? Das ist ein starker Griff. Hm. Du bist ein zu gefährlicher Mann, um sich mit dir anzulegen. Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Wann wird es enden? Hm. Ich habe eine tolle Idee. Ich muss fliehen. Nein, das wird nicht gehen. Wow. Das war einfacher, als ich dachte. Ich habe alle ausgedrückt. Oh, ich glaube, da macht jemand ein Nickerchen. Niedlich. Sie sieht gut aus mit einem Schnurrbart. Ich kann wegrennen. Auf in die Freiheit. Ich komme zu dir. Ups, das war ein bisschen grob. Ich bin rausgekommen. Es ist Zeit zu rennen. Das ist der richtige Weg. Richtig, der Zaun. Das ist der Weg nach Hause. Schau nicht zurück. Das ist es. Los geht's. Hey, wo willst du hin? Oh nein, oh nein. Ich kann es nicht glauben. Geh zurück in deine Zelle. Sofort. Weglaufen? Dir werde ich es zeigen. Du wirst es jetzt besser wissen. Guten Tag. Deine Zeit im Gefängnis ist vorbei. Bitte geh. Oh nein. Wer würde diesen großartigen Ort verlassen wollen? Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen. Ich verlängere meine Strafe um weitere fünf Tage. Ist das genug? Hm. Warum nicht? Ich denke, es ist in Ordnung. Bist du verrückt? Ja, er ist bestimmt verrückt. Alle auf ihre Betten. Und zwar sofort. Ich gehe jetzt erst einmal einkaufen. Hat dir unsere Geschichte über zwei sehr unterschiedliche Gefangene gefallen? Was war dein Lieblingsteil? Sag es uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, dieses Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Verpasse keine neuen Sketche über verschiedene Lebensstile auf Troom Troom Wow. Und zwar über einem сможem, der Kanal zu sehen. Und über fünf Monate für die Runde. Und zwar jetzt eher um neue Farbe zu bread und auf deratchmask ηbe.